Guten Tag und Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge For Honor. Ja, wahrscheinlich kriege ich gleich auf die Fresse. Ich mache mal ein kurzes Testgefecht, Handgemenge. Ja, na, das wird lustig. Ihr seht, ich habe meinen Charakter ein bisschen umgemodelt und ich bin jetzt auf der Seite. Auf der rechten Seite sieht man bei den anderen Schlachten da immer ein paar Sachen. Und ja, da war ich etwas deplatziert beim letzten Mal. Ach Gott, ich gehe so dermaßen gleich als auf die Fresse. Das glaubt ihr gar nicht. Ah, das wäre mir nicht gut. Ich habe zwar jetzt ein paar Warm-Ups nochmal gemacht mit KIs, aber KIs und Spieler sind keine Dinger. Ich weiß jetzt, wie ich halbwegs hier spielen muss, meine Tante hier. Ach Gott, das wird schwer. Oh Gott, und wahrscheinlich muss ich die Farben nochmal ein bisschen ändern. Die gefallen mir nicht hundertprozentig. Ah, sogar neuer, oder? Ist da neu? Ich weiß es gerade gar nicht. Hilf mir, Obi-Wan, Kenobi. Bitte, Obi-Wan, hilf mir. Ja, jetzt falsches Zeit, Alter, aber egal. Ich habe sogar auch Waffen und andere. Ach Gott, ich habe Angst. Ich habe Angst! Vor allem, er ist halt auch ein ganz ein schneller. Das heißt nix, das heißt nix. Das habe ich schon mal so geschafft, aber dann habe ich so dermaßen auf die Fresse mal bekommen. Und wie ihr seht, ich finde immer noch nicht die X- und Y-Tasten. Haha! Oh, wow, 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 wow. Das ist mies. Das war mies, das war mies, mein Freund. Aber ich glaube, wir sind ziemlich auf dem gleichen Level. Ah, das ist echt mies. Aber wir regenerieren erst mal Ausdauer. Wir regenerieren erst mal Ausdauer. Nein! Verdammte, ich soll mal keinen Ausdauer mehr hatten. Ach, Mann, da habe ich es selber versagt, weil ich so dumm meine Hände so gemacht habe. Oh, weh, weh, weh. Ach, Mann, come on, ey. Ja, schau mich doch wenigstens an, du Mongo. So, bis jetzt erst mal unten. Tschüss. Damit hast du nicht gerechnet, Potter. Da komm, da komm. Aaaaaah! Hahaha. Da bummelt ganz schön mal jetzt. Oh Gott, das will ihn, ey. Runde 4. Wenn wir jetzt gewinnen, haben wir es. Wenn wir jetzt nicht, dann geht es nochmal um eine Verlängerung. Na komm, komm, mein Kleinschatz. Trau dich, trau dich. Vor allem der Angriff. Der ist halt so OP, was der da macht. Mit diesen, äh, außer Gefecht setzen, ja. Was soll ich denn da machen? Wenn er mich einmal Düng macht, dann, dann kann ich nichts machen. Da muss ich irgendwie 1000 Meter weg. Also der Angriff ist echt OP. Mit Düng. Runde 5. Mann! Runde 5. Jetzt entscheidet sich's, ob ich top bin oder Müll. Wahrscheinlich bin ich Müll. Nein, wie, wie, ich muss ausweichen. Ich muss irgendwie ausweichen. Mann! Bedammte Axt, ey. Chill mal, Junge. Ja, das ist... Das ist halt einfach OP. Ja, moin. Also ganz ehrlich, der Charakter, der ist halt einfach OP. Ganz klar, ich hätte jetzt Chancen gehabt, na, aber... Porn. Porn. Der Charakter ist einfach OP. Okay, ich bin warm, ich bin warm. Überspringen. Weiter hier. Man kriegt zwar ganz gut Geld, XP und so, aber ich bin jetzt... Ich bin jetzt warm, ich bin jetzt warm hier. Überspringen. Ja, komm, Junge. Ich mach halt noch 5000 Sachen hier. Spam mich zu, ey. Das, das fixe mich jetzt gerade. Das fixe mich jetzt gerade. Aber, ich bin jetzt, bin jetzt warm. Aber der ist echt voll unfair. Der Held. Ohne Scheiß. Der ist dermaßen unfair, das ist der da, na. Na gut, den kann ich mich für 10.000 freischalten oder ich hole mir diesen dummen Pass, aber der ist echt unfair. Bin so, dünng, und dann, dann ziehe ich... Kann ich gar nichts machen. Also ich kann nicht blocken, also ich kann nicht, kann ich schon, aber ich muss halt... Eine Vorahnung, also ein Spieler für mich, ne, wo ich jetzt lange Zeit nichts so gemacht habe, ist es schwierig, vielleicht einen Schlag vorzuahnen, ne. Vor allem, wenn es ein schneller Schlag ist. Vor allem, macht Ding, und dann, ja. Egal, 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 ähm. Wir machen Multiplayer mal. Und zwar eine Schlacht. Vier gegen vier. Sehr hohe Aktivität, das klingt gut. Gut, dann kriege ich richtig eins auf die Olga. Aber war doch jetzt nicht schlecht, ne. Ich hab gut vorgelegt, aber dann habe ich ein paar Fehler gemacht. Ich habe mich wieder unter anderem verdrückt hier mit, ähm, Ausweiche und, na. Ausweichung und Dutsch, na, habe ich mich halt wieder ein bisschen verdrückt. Äh, ansonsten, was denke ich mal nicht so übel, na. Achso, klar, ausbaufähig, aber da fehlt halt jetzt einfach. Ach, die Routine, nenn ich mal. Ei. Mann, ganz knapp, ganz knapp. Ich bin jetzt echt mal gespannt, wie sie viel, ja, ich eins auf die Fresse bekomme. Ach, die Glanzzeiten von damals, von der PS4, sind definitiv bei mir um. Aber ich sehe da keine neuen. Also das sind definitiv auch alle alte Charaktere, wo die Gegner haben. Das ist gut für mich. Die kann ich ein bisschen abschätzen, wie Shogoki, den Rittermeister da vorne, na. Die, na, da drüben so, da drüben, na. Und hinten Orochi. Und dann, glaube ich, nochmal Orochi. Das wird interessant. Oder ich glaube, das ist kein Orochi. Der zweite, das sieht aus. Oh, und vor allem, da fällt mich gerade ein. Ich habe noch gar nicht die Fähigkeiten ausprobiert. Man kann ja Nebel ausprobieren. Mit dem Bogenschuss habe ich ja. Und noch andere Sachen. Ui. Aber ich sehe, da haben auch einige die Standard-Designs nur dran. Also, wenn man jetzt sieht, beispielsweise Shogoki hat das Standard-Design dran. Da eine Orochi bei uns hat Standard-Design dran. Oh, da ist doch eine neue dabei. Die Tante da. Das müsste eine Wikinger-Tante sein. Ich glaube, die ist neu. Oder einfach ein anderes Design. Wir sind definitiv jetzt Angreifer. Och Gott, ich will keins aufs Maul bekommen. Das wird spannend. Ruhig bleiben, Männer. Jahu. Na, das. Erwin. Beim Besten mal ein bisschen mehr aufpassen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Deswegen bin ich übrigens rübergewandert. Weil rechts halt ein paar Dinger stehen. Na. Ich folge mal die da jetzt hier. Zone C eingenommen. Zone C eingenommen. Was sind das? Zone A verlor. B? Ah. Ah, okay. Wow, 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 wow. Junge, helf mir doch. Greif den anderen an. Greif den anderen an. Nicht mich. Mein Gott. Mein Gott. Ich habe jetzt verloren bei der... Tappeio. Junge. Junge, was ist los mit dem? Was ist los mit dem? Er sieht... Ich gehe auf den da drauf. Was macht er? Er jodelt erst mal hin. Und jetzt verliert er da oben auch noch den Trottel. Sorry. Also. Also, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Das ist jetzt nicht mein Versagen gewesen. Da, ich war jetzt kurzzeitig ein bisschen überfordert. Gerade zum Schluss, weil ich den jetzt gut gekontert habe. Ah. Aber trotzdem. Er hat es scheinbar noch bekommen. Aber wenn er sieht. Ich gehe auf die Tante da los. Na. Was ist mit dem los? Was ist mit dem los? Wenn er sieht. Ich gehe auf die Tante zu. Mach die schnacksi. Na. Dann war... Warum? Na. Was macht der Mongo? Okay. Dass es hier fallen gibt, habe ich wieder vergessen. Ja. Okay. Oh. Ja. Ja. Da plumpst ich runter. Die kann ich Leitern benutzen. Okay. Das ging noch ein bisschen. Ah. Ja. Okay. Gehen hier mal wieder rüber. Blubblubblubblubblub. Da oben ist gerade ein Handgemenge. Drei gegen zwei. Ich unterstütze euch ein bisschen. Ui. Oh. Nein. Nein. Oh. Der hat den Special Angriff gemacht. Oh. Hahaha. Hilfe. Oh. Ich muss erst mal abfahren. Das schafft ihr, Leute. Ui. Ich habe mal einen Kill. geschafft. Ein. Jolga. Ein. Jolga. Hilfe. Hilfe. Kann man sich irgendwie heilen? War das nicht so? Bleiben wir hier kurz unten bei meinen Linien hier. Ich dachte mal, wenn man killt, hat man sich. Anscheinend nicht, ne? Oh. Muss aufpassen, nicht, dass mich die kleinen Boys hier killen. So. Jetzt haben wir ein bisschen gereiht. Ja, okay. Ja, okay. Das ist zwar nicht so. Wow, 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 wow. Die feine Mechanik. Aber, wenn man den Überzahl ist, sollte man es auch aufsitzen. Er hört auf. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, Rorys, wir sind verletzt. Abfordert in Jolga. Du, 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 du. Ich renne mal zur Zone. Ah, nein, ja, Schokoki. Ich seh dich. Schade, dass ich keinen Bogen habe. Aber ich habe Gasglauben freigeschalten. Oh. Da kommt wieder der. Ah, 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 lass mich doch in Ruhe. Verdammt, wir verlieren gerade am Boden. Hier plumpsi runter. Bin tot. Ah, 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 lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Lass mich doch durch. Ich helfe dich. Knall ihn weg. Gut, den, oh, die eigenen erstmal schön in den Rücken reingeknallt. Boah, ich muss mal Leben regenerieren. Wie regeneriert man hier Leben? Hilfe in die Olga. Oh. Ah, hier regeneriert man Leben. Ah, habe ich schon wieder ganz vergessen. Wachen wir kurz hier. Neben am Limit beenden. Oh, da unten liegt einer von uns. Kurz, kurz mal regenerieren. Okay, das habe ich in der Tat vollkommen vergessen. Ich sage so die ganze Zeit, wie kann man zu regenerieren? Und ihr schreit die ganze Zeit mich so an. Geh doch, du dummer Mongo. Geh doch einfach da rein. Oh Gott. Oh, das war dumm. Oh, wow, 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 ja, 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 jetzt. Oh, nein, 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 ich verwechsel wieder die Tasten. Oh, 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 oh. Oh, das schaffen wir nicht allein. Das schaffen wir nicht allein. Not a happy landing. Äh, ey. das war nicht und das war ein bisschen ohnehinhaft ich weiß noch nicht so ganz aber es hat geplört verfolgen jetzt mal wo nein der dicke kommt der dicke kommt der dicke kommt nein 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 jetzt habe ich heute ich weg heute weg von hinten erschlagen gut 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 mauer tot bleiben hier komme ich direkt wieder aber jetzt müssen wir die daumen bekommen dann haben hier ist nein nicht gut wenn sie davon erholt hat kann kommen wir hier nicht runter das feindliche team bricht ein bricht ein ok 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 da drüben der feind hat sich erholt der feind hat sich erholt das ist nicht gut das feindliche team bricht ein naja gehen wir auf die drauf halt ein ich verwechsel immer noch die tasten das ist echt nicht gut der feind hat sich erholt komm 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 oh das hat geplört also ein bisschen skill habe ich naja okay das ist unfair zu dritter drauf zu klären das ist ein bisschen unfair das feindliche team bricht ein müssen jetzt langsam alle bekommen der eine ist der tod auf jeden fall darf nicht so viele exekutieren sonst kriege ich vielleicht ein problem komm dickerchen dickerchen gut der eine ist auch noch kaputt irgendwo ist noch einer wo ist der letzte wo ist der letzte da üben ist der letzte im bunde da werde ich jetzt mal nicht einschalten okay das ist so der letzte hätte ich gegeneinander kämpfen lassen okay man könnte jetzt sagen aber okay aber schön da wurde mir richtig fair gematcht war nicht schlecht 325 punkte naja easy also das muss jetzt unbedingt nicht sein also so easy schreiben das muss jetzt nicht unbedingt sein ganz ehrlich ok 12.000 erfahrung also 800 erfahrungspunkte hier nochmal solche punkte geldtechnisch hat es nicht gelohnt hier kriegen wir kleine steine schön da sind wir auch level aufgestiegen schön mission abbrechen wollen die alle noch mal wollen die alle noch mal soll ich noch mal eine runde machen wir noch mal eine runde ja aber ich denke mal die schauen wir uns dann in der nächsten folge an und ja alles gut bis nix mal ciao sch Tschup!